Willi, ne lebendig! Aufkommen! Eindringling! Willi, ne lebendig! Willi, ne lebendig! Eindringling! Atele, ne lebendig! Auf! Sie haben hier einen ganz schönen Betrieb! Ja, Herr Sturmgeist! Von unseren GONAS Sicherheitsbestimmungen könnten Sie allerdings noch was lernen! Ja, da haben Sie recht! Ja! Los, los! Stop! Oh, was du? Oh! 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 Spion! Er ist aus der Reichweite! Er ist aus der Reichweite! Feuerschutz! Er ist aus der Reichweite! 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 Wer ist denn im Eimer? Nein! Wer ist denn im Eimer? Ich schieße das Feuer! Du hast hier die Reise! Die Reise sind weg! Zelt hart! Das ist nicht so gut. Nein, Mabin! Nein, Mabin! Nein, Mabin! Nein, Mabin! By 1940, Hitler's promise of no bombs dropped on German cities was rendered hollow by Allied heavy bombers. This drove home the reality that the Luftwaffe lagged behind the Allies in a number of areas. Field Marshal Göring needed an aircraft capable of shooting down Allied bombers before they had the chance to drop their payload on Germany, and this demand prompted the production of a revolutionary jet fighter different from any other aircraft Germany had produced before. This endeavor was named a 3x1000 project. It called for a heavy fighter capable of flying 1,000 kilometers distance, at 1,000 kilometers an hour, and with a 1,000 kilogram payload. To achieve this, the Germans turned to a team of brothers with an astonishing new design. To be continued... To be continued...